moin moin hallo herzlich willkommen zurück hier bei toddle und monty mit toddle und stardew valley und wir wollen in die mine rein wollen länger warten einfach etwas abbauen ja pick access is not strong enough, was kann ich denn abbauen, kann ich etwas abbauen hier, kann ich das irgendwie nutzen, order of order was wird hier? doesn't seem to be working ah, hier kann ich abbauen, ne? oh yeah, stone, toll, kann ich auch oben finden steine finde ich auch oben stein, copper ore jetzt schon inventory full das habe ich befürchtet, aber kohle und jetzt ein bisschen kupfer mitnehmen kann schonmal bisschen kohle, paar steine noch kreist wir raus, oder was? stein, 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 stein das ist doch schonmal ein Anfang, ne? my energy geht runter, aber ich kann noch ich will einen Leak hier essen, ne? eat this Leak köstlich, köstlich ich habe nicht so viel Energie gebracht, ne? aber wir hauen uns wenigstens hier noch kurz durch die ganzen Sachen weg da kriegen wir jede Menge Steine dafür brauchen wir noch um und dann in dem ersten Stock bin ich naja, wir gehen jetzt leave the mine leave the mine gehen wieder zurück ist schon wieder spät schon mal das haben wir schon mal da haben wir schon mal ein copper ore gefunden ganz meldet into bars so, dann ist nämlich der Tag auch schon wieder am Ende und wir wollen ja wir wollen ja wir wollen ja wir wollen ja irgendwie auch wieder ein bisschen was verkaufen dafür müssen natürlich unsere Pflanzen auch fertig werden es ist doch ich sollte aufhören ich spiele so viel zu spielen das ist nicht gut diese Musik sie brennt sich in meine Ohren wir werden schlafen zum nächsten Tag Katze mit Liebe so jetzt so Clint oh, hi there, good morning I noticed that you've been breaking some rocks open and finding ore that's good ja if you want to get the most out of the ores you find you will need a furnace just so happens I had an extra set of blueprints lying around here, I want you to have them yoohoo, blueprints excellent learned how to craft a furnace the furnace allows you to smelt a metal bar the bars can be used for crafting construction and tool upgrades Upgrades I need to go extra in the backsmacks right and you've smelted a few copper bars consider having me upgrade one of your tools can make your work a lot easier well, okay I'm heading home take it easy just and here I lost my favorite axe if you find it please return a zap I'm having a tough time without it there's 50 g in it for whoever finds the thing ihre axe müssen wir finden mal gucken ob wir die finden so obens axe finden craft a furnace phew furnace 20 copper oh 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 okay jetzt ist das fertig nicht ganz fertig war nicht ganz fertig aber die paar snips sind fertig das andere noch nicht das ist nicht gut ich wollte gerade einfach zu gießen aber das ist ein bisschen überflüssig heute so paar snips hier rein wieder verkaufen ordentlich geld zu machen aber irgendwie müssen auch mal die anderen pflanzen jetzt langsam fertig werden so wir eilen wir eilen in die klinik wenn er noch zu ist wahrscheinlich oh ne oh ne oh ne oh ne ich bin vorbeigelaufen einfach mal vorbeigelaufen entzwei 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 das eckfestival ne it's locked it's locked nein können wir hier irgendjemanden treffen finden hallo it's locked alles ist zu keiner ist da keiner redet mit mir da so 30 komm noch ne runde 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 komm komm mach auf mach auf mach auf juhu warum ist sie nicht da sie ist nicht da energie tonic muzzle remedy also teuer aber groß mau dachte sie arbeitet heute hier auf dem arbeitsweg abfangen vielleicht 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 strömender regen aber das stört mich nicht nicht wenn ich auf dem weg bin hey there hallo komm raus muss zur arbeit schnell jetzt hm we are insulated from the rest of the world here in stadio Valley maybe maybe that's a good thing ja vielleicht eine axt verloren the rain doesn't stop me from getting a job done wo ist denn deine axt? hä? hä? was ist denn eine axt? eine eine einer 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 aber warum kommt sie nicht raus? unsere liebe maru maru it's locked only maru's friends can enter unvented aha 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 vielleicht vielleicht gehören wir ja irgendwann mal dazu zu ihren freunden wir gehen zurück denn einfach zentral wieder in den ort hinein ja wird ja auch immer ein paar leute zum beispiel epigale bought me a present thanks sehr gerne da ist noch nichts aufgebaut ne noch nichts noch nichts und die reden gleich auch nicht ne gleich nur was geschenken das war's dann auch ist hier irgendjemand noch zugegen außer Caroline die ist verheiratet die will ich nicht bam bam ba dam bam wann kommt denn maru zur arbeit eigentlich hat er doch gesagt dass sie dienstags und donnerstags arbeitet oder nicht hey hey vincent mommy don't make me do it was ist hier los Jodie be brave vincent and think of your father ähm ach so das ist das ist harveys bedroom die arbeitet hier gar nicht das ist seine frechheit das ist mir hier für lügen erzählt wahrscheinlich eher hier im saloon um zu saufen what can i get for you bür bür oder einfach ein salat einen köstlichen salat es ist keiner da ich bin so alleine hier wo treiben sich denn alle rum mal so ein bisschen regnet sind die alle nicht unterwegs oder was hey du hey du emily das ist das ist nicht gut hayley das ist nicht gut vor new ones oh hayley 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 meine liebe hayley nein nicht essen schenken gasp for me thank you sehr gerne doch gern gemacht nur für dich ähm soll keiner wissen dass ich hier mehreren frauen irgendwie was schenke aber was soll's ich weiß nur nicht warum die moe mir erzählt dass sie hier arbeitet was das nicht tut alex george george when i woke up i heard dripping from somewhere i think the roof might be leaking das kann sein wenn das ganze haus zusammenbricht dann viel spaß was wird pam 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 nicht da padam 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 machen wir ein bisschen durch die gegend auch wenn wir da irgendwie dabei regen wollen die wohl alle nicht rausgehen kann ja auch irgendwo verstehen aber keine sozialen kontakte so da 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 ach da sind die beiden wieder hi hey yo i'm hungry where is mom da is mom soja farmer interesting weiß ich maybe someday you can teach me how to go vegetables auch das sehr gerne jody ist aber äh irgendwie verbandelt mit anderen menschen so wir haben noch volle energie das heißt die nutzen wir das heißt vielleicht darf ich mir nochmal ein na einen ein tor und ein paar wenn ich das tor setze sehr schön sehr schön muss auch mal ganz daneben stehen dass das bauen kann ne auch nicht zu nahe denn sonst so das haben wir ist das nicht schön so geht das los wenn wir dann wenn wir dann nee dann noch den weg hier so ein bisschen weg bauen außenrum dass das dann alles ein bisschen schö na aussieht so und so und so und so und so und so und dann haben wir haben wir verbaut super oder sind da irgendwie zwei wege ne naja egal das geht schon irgendwie kann ich ja hier vielleicht noch so ein Feld anbauen dann brauchen die eigentlich noch kann das irgendwo sehen wahrscheinlich nicht ne sogar mein problem mein kleines problem für den volles brauche ich 20 copper ore was dauern wenn ich das zusammen habe Fertilizer Improves soil quality a little increasing your chance to grow quality crops mix into till soil auch noch nicht ne it's a small explosion wild seed wild snack hat man auch schon hm hm ja ist das wohl so wir bringen kurz die Sachen zurück und werden noch ein paar Minuten nutzen und hier ein bisschen Bäume bäume fällen patz 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 so geht es dann weiter und patz patz bis bin noch gar nicht müde und deswegen machen wir das noch ein bisschen olz fällen bumm 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 Da haben wir nämlich dann ganz viel Holz, das man dann möglichst sinnvoll nutzen kann. Natürlich ist das erste, was wir jetzt brauchen, vor allem Geld. Geld bekomme ich nur durch das Verkaufen und Verkaufen kann ich nur, wenn die Pflanzen fertig werden. Teufelskreis, absoluter Teufelskreis. Und den Baum noch. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Tag, beenden wir die Folge und schauen dann in der nächsten Folge weiter, ob wir vielleicht etwas ernten können. Katze? Dämliche Katze. Willst du mich ver... Hallo? Ey! Katze! Katze! Fühlt ich mich jetzt? Mal aufwachen! Die Katze schläft und lässt mich nicht schlafen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Fühlt sich, glaube ich, durch. Merkwürdig. Okay, dann ist das so. Juhu! Wir haben zwei New Cooking, oder zwei? Survival Burger. Die Axt ist auch ein bisschen besser. Burger. Kommt noch ein bisschen Geld dazu. So. Ist gespeichert, der Tag beginnt. Und wir sehen uns in der neuesten Folge wieder von Stardew Valley. Schaut euch um bei uns auf dem Kanal. Und viel Spaß dabei. Und ins nächste Mal bei Stardew Valley. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.